So, willkommen zurück auf YouTube, bei Part 3 von meinem Final Fantasy 7 Reaper 24 Stunden Tag. Und wir sind stehen geblieben, als wir gerade die Quelle gemacht haben und machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Jagd. Jagd 3. Was war das eben? Jagd 5. Okay, wir machen nicht so wirklich die Reihenfolge, oder? Aber ich glaube, von der Seite, wo ich gerade bin, komme ich da gar nicht hin. Achso, ich wollte ja mal was gucken. Au, alter. 35 GB ist das Video. Das dauert eine Weile, bis auf YouTube hochgeladen ist. Aber naja. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Jagd Nummer 3. Den Rest haben wir ja dann alles. Ja, ich glaube aber, wie gesagt, von unserer Seite aus kommen wir da gar nicht hin. Weil, Bergenweg. Das heißt, ich könnte noch eine Schnellreise, oder ist es auch eine Sumpfseide? Klar, wir müssen den Sumpf durchqueren. Oder? Ja, geh mal hier hin. Na, halt. Schon geberufen. Ich renne doch nicht von Dado. Kommen wir jetzt hier rüber. So, jetzt. So, jetzt gehen wir. Obwohl, das ist unsere Jagd. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Seltene Mu-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Den stets wachsamen Mu entgeht nichts und ihr Gedächtnis ist der Gedächtnis. Ich habe kein... Oh. Das ist meine Ether. Echt? Das ist jetzt keine Ether, oder was? Wo, kommt die mal hoch? Das war ja mies. Das ist jetzt besser zu verstehen. Brenne! Das ist oder nie! Das ist jetzt nicht mehr als ein Bestes, wenn wir ausbauen. Ja, genau so! Eiskalt! Aufgezeichnet! Das war's! Komm! So fertig! Easy. Auf so ein Ziel kann man sich etwas einbilden! Bravo! Das war ein fantastischer Kampf! Diese Daten sind unglaublich wertvoll! Mein Meister hat damit eine neue Kampf-Simulation erstellt. Bitte probiere sie einmal aus, ja? Damit wäre alles gesagt. Es gibt nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Gut, dann haben wir jetzt hier noch mal Titan und hier ist noch mal eine Quelle, aber unten links sehen wir ja, das ist dann noch die Protosubstanz, die ist oben. Aber es sind noch fünf Sachen offen, ich sehe nur drei. Ne, vier sehe ich. Was ist das fünfte? Hm, na gut. Dann machen wir erst mal das jetzt noch. Da war man doch eigentlich relativ schnell abgeschlossen, das alles. Würde ich mal behaupten. Soll ich hingucken, wo ich hinlaufe. Äh. Komme ich hier überhaupt hin? Sehr bedrohliche Atmosphäre hier. Hauptsache, ich begegne der Schlange nicht. Mit dem muss er da unten sein. Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die Chocoboos sollte es kein Problem sein. Vertrauen wir ihnen einfach, ja? Ah! Noch wollen wir da ja gar nicht lernen. Äh. Draußen ist Tag. Können wir dann mal die Vorhänge aufziehen, ja? Machen wir dann nach der Binderpause, mache ich das dann. So, ruhig sein. What? Mhm. Ist da eine Kischt? Wo ist die Schlange? Die ist doch irgendwo hier. Also, beim Original war es so bei der Schlange, dass beim ersten Aufeinandertreffen man keine Chance gegen sie hatte. Aber später konnte man sie easy besiegen. Oder es war zumindest sehr, sehr schwer, die am Anfang zu besiegen. War aber nicht unmöglich, glaube ich. Also, nur wieder merken. Ich warte. Ich glaube, was Become in diesem Video will. So, was ich steht? Nein. Das war's. Und das war's. Wack. 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 Achso. Easy. Man muss eigentlich nur die Tale angucken und genau gucken, wo die sind. Und sich das gerade... Noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erst mal im Simulator am Kampf mit der S-Bar. Ja, dann nächstes Mal. Ich bin ja aber dann mittlerweile stärker geworden. Jetzt haben wir noch eine Quelle. Und dann das Versteck oben noch. Das ist schon eine coole Atmosphäre hier. Ernsthaft, jetzt komme ich hier nicht runter. Doch. Nein, doch. Da ist eine Kiste. Eine Ausrüstung. Ich würde gar nicht die Story weiter machen. Wirklich? Komm schon. Nee. Können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, komme ich nicht zu der Quelle, oder was? Kletter, ne? Hallo, absteigen. Oh Gott. Ich mag diesen Wolf nicht. Absolut nicht. Immer her mit den Medaillen. Ja, gleich. Gibt's eine Kiste. Guck mal. Oga-Armreif. Ey. Das ist keine der. Oga-Armreif. Da. Einzige Arbeiterkasse 2, welcher aus dem Knibbel eines Ogers geschnitzt wurde. Macht mich aber hier nicht besser. Magische Abwehr. Ja, ja. Wie die Leute da wartet, bis ich komme. Irgendwas hier nach. Oh. 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 Die Quelle ist aber gut versteckt. Jetzt habe ich ihn eh. Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. So. Ich kann ja immer gucken, ob ich wieder was synthetisieren kann. Was ich noch nicht habe. Äh. Wunschliste. Wunschliste. Hier. Kupferarmreif kann ich herstellen. Das geht nicht. Das auch nicht. Dann machen wir mal Kupferarmreif. Brauche ich das nicht für Kupferarmreif plus? Ja, hier. Können wir auch machen. Eta. Eta. Golden, also. Ja, die Ressourcen habe ich dafür noch nicht gefunden. Aber mehr kann ich noch nicht machen von dem, was ich schon herstellen kann. Doch, den könnte ich machen. Bringt mir zwar nichts, aber ich gebe dir mal einen 5 EP. Jetzt brauche ich ihn hier. Mit Rielerz. Ja, hier findet mir eine Kürzergeutelkralle. Ja, dazu muss ich ihn erst besiegen. Der ist auch mal eine Nummer für sich. Achso. Muss ich auch noch machen. Jetzt wäre ich schon fast weitergelaufen, ohne das zu machen. Fertig. Bis jetzt alle Lebensquellen hat. Drei Sachen sind noch offen. Cloud. Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthese-Chip orten. Er liegt wohl an einem Ort für ausrangierte Mako-Leitungen. Vielleicht könntest du dort einmal vorbeischauen. Ein Schoko-Boo bringt dich sicher schnell hin. Der ist oben links, oder? Ja. Ganz da oben links. Aber wir sind jetzt hier eh fertig. Trotzdem frage ich mich, wenn wir noch drei Sachen offen sind. Hier haben wir noch eins. Wo ich noch keine Chance habe gegen den. Und hier oben. Ach, und das wahrscheinlich noch. Ja, dann sind es drei. Dann ist es richtig. Alles klar. Dann holen wir uns das mal noch. Sollte man markieren, gell? Ich bin wieder drei Chips zu finden, wa? Ja, dachte ich mir. Also schauen wir mal. Ah, hier haben wir doch schon was. Da liegt sie erst. Schoko-Boo, du läufst immer viel zu weit. Hochleistungsreife. Schutzreste. Typ 2. Okay. Kameradenohrring. Wo ist nochmal drei? Und versteckt sich noch mal 3. Hier oben glaube ich nicht. Vielleicht hier? Das Fischt. Ah, jetzt habe ich die Spur. Ah, ist das letzte. Buster Armreif Plus. Da waren es noch 2. Aber wie gesagt, der ist sehr stark. Der ist 22. Das heißt, wir machen erstmal das Versteck von Becks Bande. Das heißt, wir gehen erstmal zurück nach Kallen. Und dann haben wir die erste Ofen wird schon so gut wie abgeschlossen. Haben alles gemacht. Bis auf diese scheiß Mission muss ich noch machen. Ah, ok. Unten links sehen wir auch die Häkchen. Bei Kampfplatz habe ich 15 von 18. Frech. Das ist frech. Na gut. So, dann gucken wir was wir hier für eine Ebene Mission haben. Was ist das für ein Symbol? Rico. Wer bist du denn? Hallo. Oh, hallo. Die Aussicht hier ist einfach fantastisch, oder? Mein Name ist Rico. Ich bin ein Fotograf auf Wanderschaft und gehöre dem Verein Fotograf Freunde an. Lass uns doch ein Erinnerungsfoto schießen. Einfach zu schön. Mir scheint, dass sich da jemand mit Fotos auskennt. Du machst dich sicher auch gut hinter der Linse. Es soll hier nämlich einen Ort geben, der ein geradezu fantastisches Motiv abgibt. Nur leider lauern zu viele Gefahren auf dem Weg dorthin. Würdest du diesen Ort vielleicht für mich aufspüren und dort ein Foto schießen? Das sollte dir doch nicht schwerfallen. Wenn du dort bist, musst du nur die Landschaft so einfangen, wie es auch ein Profi-Fotograf tun würde. Gras, da in der Fotolocation. Aha. Okay. So, was haben wir hier noch? Wir haben leider keinen Kartengegner mehr da. Haben die Schneide besiegt. Hier ist Chetley. Und hier haben wir noch Nebenmissionen. Wir gehen noch mal zu Chetley. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 3, 6. Hey Chetley. Wir könnten jetzt eigentlich noch Titan herausfordern. Schön, dich in Kalm zu treffen. Zieh dir diese wunderschöne Stadt nur an. Nicht umsonst ist sie auf Platz 1 der Orte, an die Shinra Angestellte gerne ziehen würden. Jetzt, wo ich sie mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich das gut nachvollziehen. Aber Kalm sieht nicht mehr anhand so aus wie im Original. Äh. Versuche ich Titan jetzt. Guck mal, bin ich jetzt 3 Level höher als beim ersten Kampf. Aber soll ich denn Schwächen? Ne, oder? Wir nehmen mal volle Stärke. Und Clouds. Tiefer. Und. Ne, mal Red Med. Mal sehen wie es wird. Ja, ist echt stark. Ah, ich hätte Aerith mitnehmen sollen. Keine Aero. Nicht Dulli. Oh, schaden meiner. Oh, schön geblockt. Das war nicht schön geblockt. All grad. Das ist das Zeugel. Klingt alles nicht. Ist kein Red eigentlich. Achso, ich hab den ja noch gar nicht benutzt. Ich habe den ja gar nicht benutzt. Bio. Ich hätte Aerith mitnehmen sollen. Mal schnell! Also wir dürfen ja keine Gegenstände benutzen. Er macht einen Schaden. Ich habe den Schaden. Ich nehme auf Cloud. Ich habe ihn gern schockanfällig. Dann kann ich mein Limit machen. Ich hab geglockt. Nee. Ich hätte Aerith mitnehmen sollen. Alles im Griff. Hilf dir. Hat keinen Sinn. Hallo. Mach mich K.O. Ich brauche Aerith, damit ich Schockzustand auslösen kann. Sonst ist das echt Arsch. Ah ja. Erneut. Nein. Ich muss neu wählen. Habe ich vergessen, dass Aerith ja stark ist gegen ihn. Cloud, Aerith und... Ah, Barret mit. Ich brauche Aerith. Ich zähle auf dich. Ich geh nicht los. Hopp. Flieg. Häpf. Pfeffer. Halt. Oh. Das sind mal aufs Ding geht der gerade gesteuert wird. Das ist so nervig. Ist dir etwas schwindelig? Na ja! Tast im Wind! Jetzt hab ich dir das an! Und jetzt knallt! Lass mich mal! Ja, los geht's! Das war's dann! Nicht zurück! Komm schon! Das war knapp! Ich komm mich nur kurz an! Ist nicht drüber wachst, ey! Ich hab nicht aufgepasst! Ey, ich muss verwirren, der will werden! Hat keinen Sinn! Ich könnte ihn zwar schwächen, aber ich will ihn in voller Stärke besiegen. Pfff! Doof! Die ganzen Rest muss ich auch noch alles machen! Aber jetzt nicht! Ich mach das mal verstecken! Auch die Kampfdaten einer Niederlage helfen mir bei meinen Forschungen! Äh, nein! Da wollte ich hin! Da wollte ich hin! Ja! 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 Ich mach das mal! Ja! 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 Ich weiß, dass einige der Gegner furchtbar stark sind! Aber lass dich nicht entmutigen! Ja! Ich mach ihn auch irgendwann! Aber erst wenn ich stärker bin! Ähm! Kein Zentrum! Zwei neben! Aufgekommen! Äh, ja! 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 Juffie! Ja! 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 Ach ja, was ist denn passiert? Die Makroleitung nach Kalm scheint undicht zu sein. Ich habe so eine Alleskönnerin darauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Juffi. Die würde ich ja gerne mal treffen. Kein Problem. Ich würde gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht einen kleinen Gefallen tun und ihr etwas ausrichten? Unser eigener Monteur traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Ich habe Shinra schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Das ist, glaube ich, schon viel gewesen. Es geht um eine ganz gewöhnliche Marco-Leitung. Diese riesigen Röhren, über die das Marco von Midgar in die umliegenden Städte gepumpt wird. Aber mit unserer stimmt etwas nicht. Die befördert nichts mehr her. Wir haben zwar noch ein bisschen was im Tank, aber das wird nicht ewig halten. Jeden Tag überprüfe ich den Marco-Stand und frage mich, wie lange das noch gut geht. Sicher nicht angenehm. Aber irgendwann werden wir sowieso ohne dieses Zeug auskommen müssen. Du bist aber wirklich zu Späßen aufgelegt, was? Ja, nee. Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Berlinger, der Bürgermeister von Köln. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttouren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Leute, bleibt ruhig. Seid doch vernünftig. Andere Alleskönner in den Slums gegeben haben. Das höre ich aber zum ersten Mal. Das ist richtig. Ich sehe auch noch einer. Na, weil es einer wissen, was du da bist, oder? Das ist wieder alles so typisch. Noch offen. Ausflüchend. Hm. Es fehlen mir in der Zeit häufig von Ungarnangriffen. Wenn das so weitergeht, hat der Hof keine Zukunft mehr. Gibt es denn niemanden, der uns Ungarn aufnehmen kann? Stufe 18, klar. Und das? Stufe offen. Partie! Oh. Da bin ich dabei. Karten. Karten spielen. Wo ist denn die Kartenspielmission? Das Barkeeper. Warte mal, Aufträge. Äh, Angst und Vieh. Äh, die verlorene Karten. Karte. Ach, das war von ihm. Da müssen wir mal zum Barkeeper gehen. Was ist? Du hast ziemlich was drauf, oder? Ich denke schon. Oh, das trifft sich hervorragend. Mein Name ist Val. Und ich könnte wirklich gut Hilfe gebrauchen. Ihr habt sicher schon mal von Blut der Königin gehört, oder? Wisst ihr, ich habe neulich eine Partie davon gespielt. Und dabei eine sehr, sehr wichtige Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Ich hoffe, ich habe ja als Karten bekannt worden. Um die Karte Chokobo und Mugri. Die einzige seltene Karte, die ich je besessen habe. Die lange Nächte. Das Genöde der Besomsten. Der ständigen Schlägerei. Der Gedanke an die Karte hat mir Kraft gegeben, das durchzuhalten. Und dann kommt dieser Mistkerl und krallt sie sich einfach... Das war der Kartenspiel, das ist echt cool. Taktisch. Ich verstehe das nur allzu gut. Ich habe bis vor kurzem auch immer wahr gearbeitet. Das wird erledigt, natürlich. Das wird erledigt, natürlich. Das wird erledigt, natürlich. Achso. Kannst du mir dein Können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Klar. Na, freilich wird ne Runde gespielt. Das ist okay, let's go. Finde ich gut, dass sie sich was Neues einfallen lassen haben. Wir starten. Oh. Ich habe sogar ihn gleich. Meine stärkste Karte. Jetzt kriege ich hier zwei Dreier auf die Hand. Was soll ich denn damit? Ich kriege natürlich auch keine Dreier jetzt hin. Ah. Das ist dumm. Jetzt kommt die Karte. Das ist nicht wahr. Könnte ich ihn. Ja, komm. Jetzt habe ich ihn für einen Dreierpunkt. Aber bringt mir da eigentlich gar nichts. Das wäre ein Pass 3. Oh ja. Das kannst du gerne haben, weil jetzt kann ich... Jetzt gehört mir das Standort hier. Aber ich kann nichts mehr legen. Nein. Dammit. Da habe ich verloren. Oder? 7 und 5. Weil es sein Standort war. Nur nochmal machen. Aber Glück gehabt. Dich brauche ich jetzt nicht. Ach. Machen wir es so. Hey du Nachmauer. Das macht dann. Ja, der macht nach unten. Jetzt kommt hier alles nicht so optimal. Die Karten. Warte mal. Er wird hier eine Dreier. Ach nee. Das ist hier mal die Standorte hier holen wir da. Jetzt klaut er mir die Zweier. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Ich kann ja nur die legen. Ne, ich lege die. Aber die hat zwei Stärke. Das war's. Ja, natürlich. Ist auch wieder verloren. Ja, ist halt auch RNG, ne? Ja, 7 zu 10. Ach man. Wenn die Karten nicht so kommen, wie sie kommen sollen. Ich fang jetzt mal hier oben an. Jetzt war da eine Dreier, aber bringt mir nichts. Die Karte ist so Mist, ey. Das ist so Mist, ey. Die Karte ist so nervig. Natürlich habe ich jetzt ein Dreierfeld und kriege keine Dreierkarte. Wie Arsch. Warte, wie viele Punkte denn seine Karten haben, ey. Hardcore. Ha. War mein Feld da oben jetzt, meine Freundin. Oh, du kannst jetzt nichts mehr legen. Endlich. Scheiße, wenn man nichts legen kann, gell? Warte mal zwei. Wollte ich ihn nehmen. Da sind sechs. Scheiße. Keine Fünfer. Ah, der kriegt ja plus zwei. Ah, der ist ja ne einer. Damn it. Drei, vier, fünf, sechs. Oh, unentschieden. Wieso regt der nicht plus zwei? Ah, der hat dann schon plus zwei addiert. Ah. Ah, okay. Sollte aber reichen, oder? Noch 13, 12. Noch 13, 12. Meinen Sie? 13 zu 7 so aber nervig Mensch, du bist ein Ass, kann man echt nicht anders sagen Virgil heißt der Kerl, der mir die Karte abgeluchst hat Danke seinem Bruder Misch den ordentlich für mich auf, ja? Ach ja, wenn ihr mir die Karte zurückbringt, wartet hier ein Cocktail der Extraklasse auf euch Vor kurzem habe ich nämlich ein feines Rezept in die Finger bekommen Ich würde lieber dann die Karte haben wollen Als Reaktion darauf hat Schindler einen Suchdruck in den... Ok... Hier geht's in Virgil Aber Leute, ich mach noch mal kurz ne kleine Pause Und bin gleich wieder da Bis gleich Bis zum nächsten Mal 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 or Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber hier auch noch nur kein überm bis hier und nicht weiter die machen einen schaden weiss hey dumme maschine ja jetzt gebiet ja 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 Ich bin bereit. Los! Das läuft so nicht so. Ist doch sehr gut. Finis. Genauso. Finis. Genauso. Nicht übertreiben. Ich lege los. Du, ich muss nicht mehr. Jetzt gebe ich alles. Oh, ich habe blindet. Alles klar. Irgendwelche letzten Worte. Ende. Ja, weiß ich, Brubber. Ja, weiß ich, Brubber. Wir müssen unsere eigene Firma grüßen und ihr macht anzutreiben. Wollen wir Ihnen nicht wenigstens ein bisschen was anbieten? Wer ist mit 2000? Nein. Ich habe keine 2000 Guild. Nein. Na, werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und was genau machen wir denn dann mit den 2000 Guilden? Oh, ich muss die bezahlen, um das abzuschließen. Als erstes könnten wir ein schönes Geld machen. Wow. Oh. 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 Das ist ja gemein. Okay, müssen wir da nochmal hin. Das ist doch, das wusste ich natürlich nicht. Frech. Muss ich mal gucken, ob ich im Laden was verkaufen kann. Leute, bleibt ruhig. Seid doch vernünftig. Nee, brauchst du nicht proper. Ich habe genug da. Können wir erstmal die Karte hier abschließen. Oh. Sag bloß, du hast die Karte wieder. Ehrlich gesagt ist mir so etwas nicht zum ersten Mal passiert. Ich verdiene es daher eigentlich gar nicht, diese Karte zu besitzen. Nein, ganz und gar nicht. Bei dir wäre sie sicher viel besser aufgehoben. Oh ja, klar, dass ich dich lege. Bist du dir sicher? Werd fleißig üben, damit ich sie mir irgendwann zurückholen kann. Fühl mich irgendwie so befreit. Also gut, ich gebe euch zum Dank jetzt einen aus, wie besprochen. Von dem Unfall in Midgard Sektor 7 habt ihr ja sicher gehört, oder? Einer meiner Gäste ist danach hierher gezogen. Hat mir von einem Cocktail vorgeschwärmt, den er da in den Slams getrunken hat. Also hab ich mal versucht, ihn zu mixen. Stammt wohl aus einer Wahrnahme in Siebter Himmel. Kennt ihr die? Ja. Hier, ein Cosmo Canyon. Hübsch, nicht? Dann lasst euch mal schmecken. Du stehst vor den Betreibern. So weit. Vielen Dank. War wirklich lecker. Nicht wahr? Das Original soll allerdings noch besser geschmeckt haben, hat mir mein Gast gesagt. Echt schade, dass man das nicht mehr bekommen kann. Vielleicht hilft es, wenn du eine Prise Steinsalz hinzugibst. Was du nicht sagst, Steinsalz, hm? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Äh, sag mal, hast du etwa den Cosmo Canyon erfunden? Bist du die Barkeeperin aus dem Siebten Himmel? War, und irgendwann werde ich es wieder sein. Würde mich freuen, wenn du dann mal vorbeikommst. Ich gebe dir auch einen aus. Oh, das wäre natürlich fantastisch. Mach ich auf jeden Fall. Also, viel Erfolg beim Wiederaufbau. Oh, das dauert noch ein bisschen. Deine Verbundenheit zu tiefer hat sich erhöht. Red. Jetzt muss ich nochmal zum Laden und gucken, ob ich 2000 zusammenkratzen kann. Willst du noch was? Ne. Leute, die Läden waren oben, gell? Oh, mir fällt doch gerade was ein. Ich kann auch hier mal hin. Kann doch nicht sein. König Kaktus, willkommen. Ich weiß. Ich habe 25 WB. P. Äh. Aha. Weißt du gar nicht, was du nehmen sollst, ey. Wir machen erstmal den Standort-Grab. Habe ich schon eine Weile keine Punkte mehr verteilt hier. Neh, ma. Oh, jetzt habe ich keins mehr. Wo muss ich das jetzt für jeden machen? Kann das nicht automatisch gehen? Was ist denn das für ein Quatsch? Oh, Bodyguard. Ja, drei ATB-Balgen finde ich. Eher unnötig. So, Red 13 gibt es hier auch noch. Äh, ausweich mal, ne. Schnell Konter aus. Ist ja, okay. Er ist noch gesperrt. Kann man das auch noch. Gut. Na, da gehen wir jetzt nochmal zum Laden hoch. Sollen wir die 2000 zusammenkriegen? Ich gewirrde einfach an. Seit kurzem schnitt sehe ich kein... Ich hatte immer gedacht, Kalm wäre das letzte Hinterwäldler kam. Aber so schlecht ist es hier doch nicht. Oh, so ein Honig. Ich könnte hier ein Tiefchen noch. Wenn schon. Ne, Zala. Ne, doch Zala. Oh, ne. In Midgar scheint sicher schlimm. Holzfugel, Holzfugel. Unsere Süßwaren, gut. Oh, sie ist noch Waffenladen. Können wir auch verkaufen, glaube ich. Grüß dich, Junge. Was macht die Kunst? Auf 1000 müsste ich kommen. Ei, ei, ei. Was brauche ich erstmal nicht. Oh. Das brauche ich auch nicht. Kupferarm, ey. So, ich habe meine 2000. Bis dann und alles Gute. Das heißt, du bist wieder den ganzen Weg zu den Latschen, oder was? Oh, ne. Ich kann hier eine Schnellreise machen. Das ist gut. Können wir die Quest auch mal abschließen. Aber da habe ich ja eigentlich zu Fuss. Wieder viel schneller. Wo bleiben denn die 2000 GIL? Hier sind sie doch schon. Ich habe schon gedacht, das wird in diesem Leben nichts mehr. Wir hatten 2000 GIL gesagt, stimmt's? Nein, das ist nicht mehr, was gehört. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Lobo, Schluss mit dem sündigen Leben. Die Firma Beck GmbH und K.O. K.G. hat die ehrlichsten Ehrenmänner überhaupt. Wo sie da sind. Hey. Das ist hier gut. Wir sind nicht mehr der Mord, sondern der Direktor. Und hier sind meine Angestellte. Andere Städte. Oh, Angestellte. 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 Was sind denn Angestellte? Hm. Oh, Leute. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir den sehen. Ja, Herr Detektor. Ob das für eine neue Anfang reicht? Nur wer weiß. Eine einzige fehlt noch. Eine Mission. Oder Substanz der Beckwander. Was geht denn jetzt? Das ist doch Wutteil. Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann. Hä? Was soll das Odin gewesen sein, oder was? Cloud? Ja. Glückwunsch zur Sicherstellung der Protosubstanz. Ich war bereits so frei, sie einem Scan zu unterziehen. Die Analyse läuft. Falls ich weitere Protosubstanzen orten sollte, melde ich mich wieder bei euch. Ach ja, und es gibt da noch eine Sache. Ich habe vorhin eine leichte Interferenz festgestellt. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen, aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. So, jetzt fehlt nur noch Querzegeutel, aber er ist heftig. Er ist immer noch zwei Level höher als ich. Ich könnte es ja mal versuchen, aber ich sehe schwarz, weil ich habe jetzt auf dieser Karte alles abgeschlossen, was geht. Außer das müsste ich nochmal machen. Auf später. Regionaler Analysefortschritt. Ein Punkt fehlt. Was ist das hier? Wir haben ja noch zwei Nebenmissionen. Ich werde den Kampf mal versuchen. Krieg zwar eher auf die Kuschen. Wäre es aber sinnvoller? Ich würde nochmal... Ja, definitiv. Das heißt, wir reisen jetzt nochmal hierhin. Heilen uns und dann versuchen wir mal den Kampf zu machen. Auch wenn ich glaube, dass ich keine Chance haben werde. Guck mal, der ist süß. Proper. Ein kleiner Schokobu. Der Fels, den will ich mitnehmen. Der Bobs. So, wir können auch nochmal speichern. Das ist schon eine Weile her, wo wir uns jetzt mal gespeichert haben. 7 Uhr 18. Das ist schon eine Weile her. So, wollen wir mal zu dem gehen. Der hat mir doch böse auf den Sack. Das war auch da oben, oder? Ja, da. Nein. Der habe ich doch schon besiegt. Ich dachte, wie kam ich denn jetzt so hoch? Äh, da hin? Oh Gott. So, ich bin jetzt weit. Ich muss jetzt echt einen Umweg laufen. Oh, hier ist auch die Nebenmission. Ja, komm, wir sind jetzt einmal hier. Muss ich hier auch nochmal. Nee, auf die Frontscheibe kommt kein Kuscheltier mehr. Das ist sie. Das ist sie. Das ist ja auch dein Gebiet. Hast du die Reparatur der Mako-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also, vorangeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Nun, ja. Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Darum stoppt es etwas. Wie wäre es, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Ich meine, ja, ich mache alles. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mache auch alles, was du sagst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen. Das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Hier in der Nähe gibt es einen Schrottplatz, glaube ich. Da würde ich mit der Suche anfangen. Sofie, ihr schafft das schon. Moment mal, du kommst nicht mit. Ich, ja, ich muss dir noch ein paar Kleinteile suchen, schrauben und belegel uns so. Na ja. Auf die Art, dass wir alles alleine machen, da. Da ist ja nicht weit weg. Da geht's ja. Aber bevor ich das mache, kämpfe ich trotzdem immer gegen ihn. Da ist alles hoch, oder? Ich muss hier eins höher. Da rennt er mal nicht so schnell. Da haben wir schon mal das Erste. Aber wenn ich das gar nicht wollte. Mal sehen, was da drauf hat. Er hat nochmal speichern. Das ist zwei Level höher, Alter. Geheimgegner-Herausforder. Jetzt die Frage, nehme ich die beiden mit? Mal kurz die Werte überprüfen. Geheimgegner-Herausforder. Ich mache dich für eins. Ich sage, ich habe es noch nicht so gut. Geheimgegner-Herausforder. Aber ich muss hier mit Pain. Geheimgegner-Herausforder. Ich mache deles mit rein. Geheimgegner-Herausforder. Geheimgegner-Herausforder. Das bringt mir nicht viel. Ich werde es mit den beiden versuchen. Der ist Blitz. Gegen was ist ein Blitzschwach? Erde. Ich habe keine Erde. Na dann. Mal sehen, was er kann. Achso. Hallo. Ich bin aber auch schwach gegen Winzer. Der ist schwach. Gegen Eis. Oh, für den kann ich eine Kralle klauen. Kann die mal die Maul halten? Ich mache das. Aber die nervt. Das gefällt mir nicht. Was macht der da? Der Sieg ist nur noch vorn. Lass uns nicht. Viel Erfolg. Das Gebet, bei der ich zwei Dinger brauche. Das finde ich so arsch. Ich mache das. Ich mache das. Aber kann ich noch den Himmel auch nicht? Da sie neuen Synchro-Fähigkeiten sind echt übe. Bestimmte Synchro-Fertigkeiten erhöhen deine Limitstube, wodurch sie sich noch mächtigere Limits einsetzen lassen. Gouch beispielsweise setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag und auf Stufe 2 Atomisator ein. Über die Kodizes der einzelnen Charaktere können auch Limits als Stufe 3 erlernt werden. Das hat geschaut aus. Limit Atomisator. Das hat geschaut. Mach was draus. Was ist das? Der ist blöd, das bringt nichts. Shiba! Perfekt! So, so. Jetzt. Er ist schon nicht ohne, der Junge. Gib auf dich achten, bin ich jetzt drin? Da muss man quasi bis dahin gehen. Lüfter haben wir wenigstens schon. Ah, perfekt geblockt. Was? Während des Blocks mit 1 kannst du Synchro-Aktion im Team mit deinem Gefährten ausführen. Göttliche Strafe. Sieht so gar noch nicht, doch nicht. Vielleicht kommt die ultimative Attacke von Shiba. Vielleicht kommt die ultimative Attacke von Shiba. Ich bin dran. Ich bin dran. Das hat geschehen. Oh, Aerith hat... ...Limit. Segen des Planeten. Boah. Aber ich mach heilen da drin. Das durchleiden wir. Einst zu Ende. Denn geht um alles. Kippt! 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 Alter, was ein Kampf! Was ein Kampf! Krass! Bezwingung von Kennzei Korte bestätigt. Du hast meine Hochachtung, Cloud. Dieser kühne Kampf war von Anfang bis Ende ein Fest für die Augen. Cloud. Sollte Mai Mai zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. Na nun? Was ist denn letztlich mit ihm schon los? Hallo? Nun, Cloud. Auch ich möchte dir meinen Glückwunsch zum Sieg aussprechen. Durch ihn konnte ich wertvolle biologische Daten gewinnen. Und diese Kralle des Ketzal Kordel, die du erhalten hast, ist ein sehr seltenes Material. Sicher lässt sich daraus etwas Erstaubliches synthetisieren. Verliere sie besser nicht. Das war ein krasser Kampf. Alle abgeschlossen! Bäm! Professor der Weltbericht. Alle Wertberichte in einer Region angelegt. Ha! Das hat gar nicht lange gedauert. Nur 10 Stunden. Ha! Na gut, ich habe ja nicht von Anfang an das hier gemacht. Aber ich weiß, dass noch viel mehr Gebiete dazukommen. Ah, jetzt fehlen mir noch zwei Nebenaufgaben. Dann habe ich Graslandregion komplett fertig. Jetzt kommt noch die Yunon Region, weiß ich noch. Cosmo Canyon Region kommt auf jeden Fall noch. Und so weiter. Jetzt muss ich noch die zwei hier abschließen. Und dann können wir endlich Story weitermachen. Ich habe jetzt bestimmt schon seit 6 Stunden keine Story Mission mehr gemacht. 5 Stunden? Ungefähr. Aber mir fällt gerade was ein. Ich habe ja jetzt diese Kralle. Und dann kann ich doch jetzt diese Korbel herstellen, oder? Ja! Und ich weiß auch schon, wer die Korbel braucht. Ungeheuer Knobel. Ich habe sogar noch eine Kralle. Diese Korbel ist hundertprozentig für das Mädchen, was hier ist. Im Windmühlendorf. Weil die hat ja gesagt, sie würde gerne die Generatoren wieder betreiben. Alles klar, aber jetzt machen wir erstmal die Nebenmission hier. Das heißt, das Zeug hier einsammeln. Haben wir eigentlich schon. Gleich zwei Stunden für die YouTube-Folge ist fertig. Wie gesagt, für die, die noch nichts gehört haben heute Nacht. Ich werde den 24-Stunden-Stream natürlich auch auf YouTube hochladen. Allerdings in sechs Folgen. Sprich, pro Folge geht vier Stunden. Zwei haben wir schon geschafft. Wir sind gerade in der dritten Folge. Und die werden dann nach und nach bei YouTube hochgeladen. Weil die Folgen sind auch mittlerweile über 30 Gigabyte groß. Das dauert eine Weile, die hier oben sind. Aber damit fange ich erst morgen an, die hochzuladen. Und auf Twitch bleibt der jetzt erstmal für sieben Tage die kompletten 24 Stunden am Stück online. Früher waren es mal zwei Wochen, die Streams. Jetzt macht Twitch nur noch sieben Tage. Aber naja. Was soll's. So, hier soll noch irgendwo ein Teil liegen. Ja. Jetzt ist es recht. Das ist aus. Was? Los geht's. Ich bin noch nicht vorbei. So. Wir brauchen das nächste. Da. Ich seh nix. Da oben. Da. Jetzt hätte sie auch selbst einsammeln können. So weit ist es nicht weg von hier. Boah, das ist jetzt unten? Ja. Boah, das ist jetzt unten? Ja. Okay, proper. Ist da mit sich, das ist da oben. Boah, ey. Müssen sie hier so steinige Wege haben. Mein Gott. So weit fertig. So weit fertig. Und? Und? Alles am Start? Sitz 3 und 5. Ach, es gibt sogar Sterne-Wertung. Ja, der sammelt nicht alle sei. Das ist ja Quatsch. Ganz ehrlich. Das ist ja wirklich Quatsch. Wow. So viel? Damit können wir die Leitung nicht nur flicken, sondern quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zu einem saftigen Aufpreis verstehen Sie ich. Alles klar, dann mal los. Hier geht's lang. Die Mako-Leitung repariert sich schließlich nicht von selbst. Ach, kein Stress. Sag mal, dich hat aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen. Oder? Schnell dich hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hat ich irgendwann die Nase gezollt. Also hab ich meine Sachen gepackt und bin aufgebückt. Jedenfalls werde ich hier draußen ganz groß rauskommen, einen Weißen guild verdienen und es der beste Bitteren zeigen. Ein Aufwand für den Herzen an den Köder, ein ganz Aufwand, bitte. Jetzt! Bist hier auch nicht weiter. toh! Nimm das. Is? Toh, things. Warte mal, hier liegen wir überall was vor außen rum, Mädel. Ich muss mal einsammeln. Ah, da ist ein Loch drin. Was ist das denn? Die sahen im Original ganz anders aus. Ich muss mal keine Nummer verkehrt machen. Feuer. Dann übernimm. Klar, soll euch klaut nicht mehr und schon einfach vergiftet. Mach wenig Schaden, Gib. Die Musik ist irgendwie lauter als die Reden, oder? Die neue Belohnung, die Holz. Ja. Die Bildung dieser Funktion der Alleskönner muss gebühren. Gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen. Dein Versprechen schon vergessen? Nein. Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reiche und voll durchschlafen? Nein. Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso tasten? Wieso tasten? Schade dir doch nicht. Ich will auf die Tafetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Das ist alles. Ich bin doch dumm. Die Laufzeitung. Ich bin auch dabei. Was ist denn der Dreier? Ich bin auch dabei. Was machen wir jetzt mit der Göre? Die Reparatur ist beendet. Lass uns den Bürgermeister Bescheid geben. Dann haben wir noch Angst um Vieh, da waren wir noch gar nicht. Aber die ist noch nicht fertig mit dem Mädchen. Die ist komplett fertig. Aber sie nicht. Da da kein Stern ist oben links. Na gut, gehen wir zum Dorgermeister. Da müsste er hier noch irgendwo sein. Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Markhof fließt jetzt wieder in Ströme. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein 1000 Sasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Sie hat sich faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Und wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Aber warum kriegen die hier oben links einen Stern und die nicht? Verstehe ich nicht. Egal, das ist eine 18er Mission. Das war... Achso, ich muss auch dem ein Foto machen. Können wir auch gleich mal machen. Das war da unten. Machen wir mal das Foto. Irgendwo hinten auf dem Berg. Was ist das für ein Symbol? Achso. 31 Sekunden. Das könnte ich noch mal machen. Am letzten Mal bin ich ja gegen den Masken gerannt. Ich Dulli. Lauf! Wow! Was war'n das? Renn vorbei. Musste aber nah ran. Warum dauert das so lange der mal losrennt? Renn der einfach an dem Ding vorbei. 31 Sekunden sind ja wohl machbar. Hallo? 31 Sekunden sind ja wohl machbar. Nöö. Es war zwar knapp, aber es hat funktioniert. Danke, dass ihr meiner Schwester geholfen habt. Achso, hatten wir eigentlich noch... Ah, die hatten ja alles gekauft bei ihr, gell? Shadley ist auch noch hier. Ah, die ganzen Dings-Missionen muss ich auch noch alle machen. Aber mal später. Ich kann mal wieder... Ja... Segen, nicht Gnade. Als nächstes mache ich einen Grenz für Opa. Da wird er sich freuen. Halt. Hast du noch was? Nein, hast du nicht. Okay. Danke. Und bis zum nächsten Mal. So. Foto, Foto, Foto. Was ist da oben irgendwo? Oh, guck mal, hey. Brauch ich wenigstens ein Kissen. Brauch ich wenigstens ein Kissen. So, jetzt können wir nochmal wie immer zu dem Foto hochkommen. Nein. Komm am outs ein Stück hins doctors! Ist ja richtig großartig... Da können sie es nicht machen. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Zücken deine Kamera und halte sie im Fotomodus fest. Wenn dir ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotograf Rico Bericht erstatten, denn steigst du im Rang bei den Fotofreunden auf. Erwartet dich einige Belohnungen. Alles klar. Erfreut dich sogar der Schokobuch. Was war's denn? Ey. Lass uns da jetzt in Foto-Modus gehen. Was soll ich jetzt hier genau fotografieren? Äh. Silberrahmen. Mache ich jetzt ein Foto? Hä? Ich muss ein Screenshot machen. Okay. Warum nicht? Gehen wir es mal hier hin. Okay. Aber wie wir diese Nimbys so machen, das sehen wir gleich nach einer kurzen Pause. So. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Da geht's dir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich glaube, wir sind fertig mit Crossline komplett. Ehrlich gesagt, ein langer Urlaub wäre wunderbar. Dann mach doch einen. Ein übler Gestank liegt in der Luft. Fast so wie damals in Hojos Labor. Da wurde man behandelt. Eine Reise. Richtig. Ich muss aufbrechen. Bist du okay? Das ist das Schicksal ehemaliger Soldaten. Wir degenerieren. Etwas, wobei dir kein normaler Arzt helfen kann. Du bist doch auch Soldat, oder? Ex-Soldat. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht verunsichern. Schließlich passiert das ja auch nicht bei jedem Soldaten. Ja. Du bist noch jung. Genieße dein Leben. Verfolge deine Ziele. Die kann Shinra dir nicht nehmen. Niemals. Ich habe aber noch was gekriegt. Hörst du? Warte mal. Ich habe doch noch hier von dem letzten Mission was bekommen. Äh, nee. Hä, da sind da noch Substanzen drin. Hm. Da Windheilstuch. Und da war da noch irgendwas. War das der Mondsichtletal das mal? Ich glaube, da haben sie zwei Waffen gefunden, gell? Ich habe da noch irgendwas gekriegt. Da der Ollenreif war das. Ja, hm. Nee. Nicht so das Prickelnde. Oh, was ist hier los? Da nimm den Ollenreif. Achso, das wollte nur anzeigen, was schon... Ah, okay. Ohrring. Ist hier noch was passend was? Nee. Gut. Die tolle Kippsgruppe, die den Anschlag in Midgard behübt hat, soll berichten zufolge in Kalm untergetaucht sein. Als Reaktion darauf hat Shinra einen Suchtrupp in den Ort entsandt. Aufgrund der Fahndung war Kalm vorübergehend abgeriegelt. Die Blockade wurde mittlerweile jedoch wieder aufgehoben. Avalanche befindet sich weiter auf der Flucht. Laut Shinras Sicherheitsbehörde wird die Suche fortgesetzt. Zudem mehren sich die Hinweise auf in Kalm ansässige Kollaborateure. Wie aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, wird die Suche nach weiteren Helfern daher verstärkt. Shinra und alle zuständigen Behörden rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung ausgesetzt. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sind fertig. 5 5 3 3 4 4. Kreislandregion komplett fertig nach... Ja, keine Ahnung. 7 Stunden, 8 Stunden? Alles klar. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir Storyvaler. Oh, da gibt es sogar noch... Da gibt es sogar Schnellreise. Hier war noch irgendeine Kiste, die ich nicht habe. Ehe, das ist ja auch schon mal... Hier ist das noch nicht im Hintergrund. Hier ist ein Kiste... Musik Musik Wo ist denn noch eine Kiste? Zwei von drei und da unten ist mal eine. Okay, haben wir das jetzt. Jetzt müssen wir theoretisch da runter. Und da kam ich. Ja, machen wir eine Story weiter. Ich glaube, ich muss zurück. Aber gegen die Schlangen muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Oh, das ist. Doch, da oben ist was. Oh, fünf Stück. Sollte vielleicht nochmal hingehen zum Mokriya. Da gibt es auch irgendwo einen Eingang. Stimmt, wir müssen auf die Insel da. Da ist noch ausgestattet das Gegenstand. Großkaliber. Das war's. Können wir ja gleich mal Barret ausrüsten damit. Hat auch einen Platz mehr. Und eine Verbindung sogar. Aber ich habe glaube ich eine Automagie. Bringt aber nichts. Das können wir noch reinmachen, ja. Die gab es im ersten Teil auch schon. Aber ich kann nicht mit denen interagieren. Bin einer. Ja, ich bin wirklich gerät. Aber ich kann mich nicht doch schon mal ein paar Leute weitergehen. Aber ich bin ja immer wieder in das ganze Wasser. Ich kann jetzt nicht sagen Paz. Der Nahrung. Aber ich weiß nicht. Der Nahrung. Der Nahrung. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Dann los. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Oh ja, klar. Er hatte sich als Insel getarnt. 13.400. Schwach gegen Eis. Das war's. Nicht übertreiben. Viel Erfolg. Komme schon. Der ist für dich. Wechsel. Los. Ja. Kommen wir jetzt besser dran? Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Überlass das mir. Das war mies. Auch das war's. Jetzt das nicht. Verstarre! Zieh mich schwach! Zurück! Wieso ist was auf einmal so kalt? Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Und? Und? Ich zähle auf dich. Ich lege los. Ich brauchst den Brot drängen. Ich mach das. Das war's. Achtet auf den Sohn. Ich schlag. Ich lege los. Verspittert. Oh, das ist weg. Ist die Farbe anders? Was? Tänz den Wind. Oh, da. Sieh. Ach, die Arbeit. Na. Zeltere. Ha. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nene, 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 nene. Sie in dem Ur. Beenden wir es, solange wir können. Mal lange. Zieh dich zurück. Nichts überstürzen. Sie schießt doch nicht. Sie schießt doch nicht. Sie schießt doch nicht. Nein, ja klar. Sie sind keine Föhlingdopft. Und weiter geht's. Sehr hart, ey. Der fährt. Der fährt. Der fährt. Der fährt. Ja. 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 Verzieh dich. Und Schutz. Ich zähl auf dich. Zähl zum Ausbruch, du kür enjoyings. Ich mach das. jetzt kommt und ja 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. What? ... ... ... ... ... mal her. Ja, diese Szene kommt eigentlich später im Spiel. Wo kommt der her? Fragen über Fragen. Hallo. Ich bin's, Eris. Es geht dir gut. Ein Glück. Und Sephiroth? Er ist so unglaublich stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Aber wir sind voll am Arsch, ey. Kannst du schwimmend überqueren. Ich hab den nicht besiegt. Oh, ne Bank wär jetzt nicht schlecht. Stellt euch mal vor, wir wären nicht, äh, halt nicht die Nebenmission gemacht, weil es doch keine Chance gegen den gehabt hat. Aber sowas fand ich. Das war echt hart. Aber witzig war auch, dass in den letzten zwei Millimeter Beschwörung aufgetaucht ist. Irgendwie doof. Auf dunklem Faden. Kapitel 3. Ist Zephyros hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Oh, ältere Republik-Tunnel. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Macht 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm. Nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja. Cloud? Gehen wir. Seid da drin, vorsichtig. In diesen Stollen hat man früher übrigens Methril abgebaut. Keine Bank. Wisst ihr, was das ist? Hm, ich glaub, ich hab schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Und wunderschön. Volle Punktzahl für beide von euch. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ein bisschen kenn ich mich aus. Schließlich hab ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mitrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wär's wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Basiert sicher auf Materia-Verfeinerung. Ha? Wirklich? Vielleicht. Da ist doch ne Bank. Hab dich doch schon gesehen. Ist du denn der Stempel gestiegen? Ne. Vier Phönix-Felder. Oh, noch ne Hallen. Ja. Nochmal TB-Boost. Ja, natürlich auch sinnvoll, gell. Aber ist teuer, ey. Warum ist die B-Booste teuer? Äh, Eris. Ah, ich werd mal Eris auftauschen. Warte mal, wen hat sie? Luft-GPB-T. Sie hat Shiva. Barrett hat Leviathan. Und Red hat Yfrit. Ja, okay. Dann ist drin. Aber ich nehm mal Barrett rein. Ähm. Barrett gegen Arith. Gut, dass alle gleich leveln. So, Großkaliber hat er schon. Machen wir hier. Machen wir mal mit Heilen. Ah, nein. Doch. Na, Leviathan. Okay, tiefer. Tiefer könnte man einen Platz mehr gebrauchen. Schade. Ah, da gibt's ja keinen Platz. Ah, so. Dann machen wir trotzdem noch bei Eris. Dings rein. Kriegen die außerhalb im Kampf eigentlich auch TP? Äh, FP. So. Sieht man doch hier eigentlich. Ja, kriegen sie auch. Perfekt. Perfekt. Das können wir ja nochmal speichern. Perfekt. 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 Toll's auch. Gnade des Planeten. Können wir irgendwas herstellen? Nicht wirklich. Machen wir mal Halt Tränke Halt zwar nicht viel, allerdings etwas Sie gehen tiefer in die Minen Dann hinterher Noch nicht Erst schön umgucken Aber wenn es echt dunkel ist Jetzt Hoffentlich leben sie noch Ja Aber Ist nicht unser Problem Ich weiß nicht Wir können sie doch nicht einfach Okay Ich geh runter Ich komme mit Nein Stollen wie diese sind türkisch Überlass das nem Profi Nichts für ungut Aber du würdest mich nur aufhalten Ich werde gehen Klettern liegt mir im Blut Gut, dann ihr Tut mir leid Mhm Danke Jo Wenn ihr euch nicht beeilt Verliert ihr den noch Passt gut auf euch auf Schnellere ist halt nicht möglich Oh Ist immer getrennt Nacht Und dann Guck mal Analyse Mach Leicht resistent Wirksam Wow Sie Was Ja Ja Jo Wow! Oh, da hinten liegt eine Substanz. Haben wir. Ah, ich glaube, ich weiß, was das für eine Mine ist. Mit dem Spinnengegner. Krass. Alles neu, aber man erkennt es doch alles wieder. Loser die Substanz. Ich dachte, es würde schlimmer sein, jetzt da ranzukommen. FP-Boost, ei, ei, ei. Klaut, du hast zu wenig Plätze. Die muss eine Kombination sein, oder? Ja. Okay, dann würde ich hier auf jeden Fall TP reinmachen. Hier natürlich FP-Boost. Und hier mach mal Analyse rein. Das heißt, ich hab das Gewitter draußen. Mach das raus. Ich muss alles labeln. Was hab ich jetzt raus gemacht? Ach, Präzension der Abwehr. Ja, okay. Okay. Man macht es ja alles rein. Oh. Ich hab doch mal die Becamper. Jetzt komme ich mir irgendwie viel zu stark vor im Vergleich zu der Schlange Lass mich raten tiefer Ich kann das Spiel lesen Echt, das ist viel magisch, aber auch immer, es gibt einen Platz mehr Minus 2, ja mein Gott MP heißt Das können wir hier noch reinmachen Ich glaube bei ihr mache ich auch mal hellen rein Ja, so Können alle drei wenigstens heilen Was glaube ich vom Vorteil sein könnte Wir haben bald die Hälfte des Tages geschafft Wahnsinn Das sind Lobobs Die Windanziehung ist sehr ok Zumindest bei den kleineren Gegnern, weil man die alle ranziehen kann Was echt vom Vorteil ist Was für immer die Hälfte die Hälfte Gitarren Warte mal, es gibt zwei Wege, oder was? Ja, ist mal hier lang. So, hier? Ach, um den zu entgehen, oder was? Quatsch, er kämpft. Oder... Oh... Oha! Ja! Ja! Das war's! Bin mal so frei! Feuer! Feuer frei! Was? Ich hab geploppt eigentlich. Und shit! Na ja, Sproding! Ich zähl auf dich! Verbrechen! Das wird so lieb! Zack! Jupps, der Arbeit! Gibt's ja noch was? Nee. Hätte er nicht mal irgendwas bewacht? Außer die Ressourcen vielleicht. Oh, probier. Aber... Siehste, wollte ich eigentlich auch mal gucken. Sind die Rubiner eigentlich nur dafür da... ...zu verkaufen? Mensch! Oder braucht man die auch zur Herstellung? Das ist auch zur Herstellung, ja. Okay. Okay. So, Leute. Aber die Toilette ruft noch mal. Deswegen mach ich jetzt noch mal eine kleine Pause. Und dann schauen wir uns weiter an, was hier in der Mine noch so vor sich geht, ne? Also, bis gleich! Oder ist, wenn wir auch mal ein wenig übertrieben? Es geht, wenn wir jetzt darum, einen kleinen Radier und ins Hmmm nicht an, was hierher ne? Aber wir müssen uns noch mal ansehen. Aber wir müssen nachdenkliche. Ich bin sehr gerne die Gänge. Ich bin sehr gerne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lieber zweimal nah Echt nerz gibt es Ok Ich glaube wir haben jetzt alles mit Bauch Erstmal hier durch Die wollen hier alles mitnehmen Ganz schön dunkel ja Das gab nix Ja nimmer Pudding Hallo Oh Ich seh dich Da geht noch was Verzieh dich nicht so nah Das hab ich mir extra für dich Wie schmeckt dir das Jetzt geht das richtig los Kannst du noch einen Mord benutzen Kannst du noch einen Mord benutzen Mannst du hab ich noch zu hoch Wie kann das zu hoch sein Wie kann das zu hoch sein Wie kann das zu hoch sein Wetter knolle Okay Haben wir jetzt auch mal Morphen gemacht Uh da liegt ne Substanz Was Feindes können Aber die fehlt irgendwie noch Ich bin von den Lilane Was ist? Hallo Hallo Ein P-Boost Ein P-Boost Ist ja leid die Beide Ein P-Boost Ein P-Boost Ein P-Boost Das ist ein P-Boost Ein P-Boost Ein P-Boost So, machen wir jetzt alles, da hinten bauen wir, ich denke mal, außer hier noch nicht. Ich kann gerade sagen, ich hätte es nicht hochgekommen, ich wäre voll arsch gewesen. Oh, wala. Ich kippe ja gar nichts. Das tut weg. Easy. Er hat auch unendlich Munition. Da geht's hoch, Leute. Ich kann sagen, was ist das? Jetzt macht er alles wieder einmal auf. Jetzt bin ich auf genug von dem Zeug. Das geht nicht. Hallo. Kannst du dich mal umdrehen? Hey, Red 3 hat abgekürzt. Rechdachs. Rechdachs. Alles kaputt, Mark. Okay. Okay, sind wir. Wo geht's denn da? Hä? Jetzt bin ich sonst hier hochgekürzt. BTF? Wo soll ich lang? Das muss total lang gehen. Hey, auf Twitch haben wir die 12 Stunden erreicht. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte des Tages geschafft. Bleiben noch 12 Stunden. Ach hier. Das ist schwer zu sehen. Das heißt auch, Leute. Die dritte YouTube-Folge ist bald zu Ende. Alles mit einem Arm. Habe ich hier jetzt alles? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Verzieh dich. Da geht noch was. Das habe ich mir extra für dich. Auf die 12. Seh ihn doch an, Kollege. Verzieh dich. Jetzt geht's jetzt richtig los. Genau. Genau. Da denke ich mal, ist der richtige Weg. Ey, ich habe nichts gekriegt. Frech. Hauptsache alles kaputt schießen. Ey. Ich brauche hier mal Gnade. 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 Dann gibt es noch etwas. Die Kistalle sind im Prinzip eigentlich nicht dasselbe wie bei Cloudy Kisten, die jetzt so schneidet. Nur halt im Barret-Variante. Ich hab die Kiste nicht vergessen, die da noch ist. Gegner. Schnell bei dem... ...Kindsverwiss. Die ATB-Balken. Ist eigentlich voll der Cheaper. Lass mich raten, ich muss das benutzen. Ich muss die Weiche umstellen. Nö. Schau, ne Kiste. Schau, ne Kiste. Schau. Schutzwiste. Die ist glaube ich für Verteidigung. Oh, er hat ja gar nicht ausgerüstet. Und dann kriegt der ja die Schutzwürste. Ja, ich weiß. Ich weiß. Du musst das Ding zurückschieben. Easy. So, ich hoffe mal ich habe alles. Ich glaube mal schon. So, ah na jetzt. Wollen wir schon mal. So. 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 Barrett ist ein Cheater mit Sama. ATP Auflagenleiste, so schnell wie das geht. Was auch wieder raus? Was stehen die da wie angewurzelt rum? Die kommen hier weiter. Barrett! Hey! Was ist? Schon aus der Pustel? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? Sehr lustig! Barrett, der war gut. Der war wirklich gut. Rechts oder links? Wahrscheinlich die falsche Seite. Hier gibt es die. Hier ist die Substanz. Haben will. E-Ton wird mitgenommen. Da mitgenommen. Ah, langweilig. Nicht so prägend. Das ist eigentlich nur Robin wert. Dreh hat es 200 wert. 100 nur? Oh, wenig. Okay. Gut Leute. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal auf die Bank. Und dann war es das erste Mal mit dem dritten Part auf YouTube. Mit meinem 24 Stunden Stream zu Final Fantasy 7 Rebirth. Und in der nächsten Folge seht ihr wie es hier an der Mine weitergeht. Und auf Twitch geht es natürlich gleich weiter. Nach dem Intro. Und bei YouTube würde ich mich natürlich freuen, wenn man in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und bis dahin. Macht's gut. Oder Dummste. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.